Hallo! Ich habe mir eigentlich vorgenommen, zu The Witcher 3 Wild Hunt keine wirklichen Let's Plays zu machen, denn ich finde, solche Story-lastige Spiele sind für Let's Plays eigentlich eher immer ein bisschen ungeeignet, denn da möchte man das Spiel doch viel mehr genießen und nicht jemanden haben, der ständig dabei rumsabbelt. Aber ich dachte mir, ich mache zumindest meine kleine Episode, in der ich eine Nebenquest versuche. Da spoilere ich dann zumindest, was die Hauptstory angeht, auch nicht allzu viel. Außerdem kann ich euch dann auch nochmal zeigen, wie geil dieses Spiel eigentlich aussieht. Sieht es nicht geil aus? Guckt, da hinten hinter dem Nebel liegt das Gebirge. Ich drehe mich um, sehe diesen Wald. Ich befinde mich derzeit auf Skellige, also in der, ich glaube, dritten großen Region oder vielleicht sogar die vierte große Region, wenn man Novi gerade als einzelne Region sieht und es ist einfach wunderschön. Dieses Spiel ist stets wunderschön. Ihr habt ja sicherlich mitgekommen, es gab ja diverse Diskussionen bezüglich irgendwelcher Downgrades und so weiter, im Vergleich zu einigen Teasern, die 2013 erschienen sind. Scheiß drauf, dieses Spiel ist einfach gigantisch schön. Ich möchte es den ganzen Tag ablutschen. So schön ist es. Seht euch das nur an. Es ist einfach fantastisch. Aber Grafik ist nicht alles. Dieses Spiel überzeugt auch in den meisten anderen Bereichen. Ja, es ist nicht fehlerfrei, das muss man dazu auch sagen. Aber nichtsdestotrotz kann man über die Fehler hinwegsehen, wenn man sich die wunderbare Story antut, die einen derart fesselt. Jede Nebenquest ist im Prinzip so interessant, wie im Prinzip der ganze Story-Verlauf eines Skyrims. Ich habe bereits erwähnt, ich möchte Skyrim und The Witcher eigentlich gar nicht so sehr vergleichen. Beide Spiele haben so ihre Stärken. Aber ich muss doch sagen, dass ich jetzt nach circa 80 Stunden Spielzeit sagen kann, dass The Witcher 3 mit Sicherheit eins der besten Spiele ist, die ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Und ich stelle es auf eine Stufe mit Spielen wie Zelda Ocarina of Time. Also einfach grandios. Ich werde täglich hin und weg gerissen von diesem Spiel. Und nächste Woche ist mein Urlaub vorbei. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, dass ich dann einfach gar nicht mehr so viel The Witcher 3 spielen kann. Es klart auf, hat Geralt gesagt. Und er hat recht, der Nebel verzieht sich jetzt so langsam. Und ihr seht auch, dass die Lichtstimmung jetzt auch schon wieder ein bisschen anders ist, als noch zu Beginn des Videos. Und schaut, die Berge sind jetzt auch schon etwas deutlicher zu sehen. Das Wettersystem in diesem Spiel ist einfach auch fantastisch. Die Wetterbedingungen ändern sich fließend. Und jetzt ist es hier gerade sehr ruhig. Aber wenn es stürmt, dann bricht hier die Hölle los. Da wackelt jeder Ast im Wind. Und auch das erzeugt einfach eine atemberaubende Atmosphäre. Ja, so, widmen wir uns dann doch mal nach dem ganzen Geseier dieser Nebenquest. Es ist 7 Uhr 1 morgens und der Himmel ist klar. Zumindest innerhalb dieser Spielwelt. Suche beim Obelisken nach einem Diebeslager. Schauen wir uns nochmal den Questtextkurs an, damit wir sehen, worum es geht. Die Familienklinge. Die Skelliger schätzen drei Dinge über alles. Ehre, das Andenken ihrer Vorfahren und gute Waffen. Deshalb wurde Krach an Kreid äußerst zornig, als er herausfand, dass die Familienklinge Coolio aus der Schatzkammer von Kea Trolde gestohlen worden war. Der wütende Jarl versprach demjenigen eine großzügige Belohnung, der das verlorene Schwert finden und den Dieb bestrafen würde. So, die Quest ist angesetzt auf Level 15. Wir sind jetzt mittlerweile Stufe 19. Sollte also zu schaffen sein. Ich gebe zu, dass ich gerne Quests so ein bisschen spiele, die unter meinem eigentlichen Level sind. Denn dann werden auch mittelmäßige Spieler wie ich nicht so leicht überfordert. So, reiten wir jetzt auf unserem lieben Pferd Plötze oder lassen wir es sein? Ich bin mir noch nicht sicher. Es sind ungefähr 593 Schritte bis zu unserem nächsten Questziel. Ich glaube, das können wir auch mal zu Fuß überbrücken. Umso schneller, beziehungsweise umso besser können wir dann hier den Wald auch noch genießen. Denn der sieht tatsächlich aus wie ein richtiger Wald. Da sind nicht nur so ein paar Bäume aneinandergereiht. Es ist ein fantastischer, wunderschöner, ablutschenswerter, atmosphärischer Wald. So, und nichtsdestotrotz laufen wir jetzt doch einfach mal weiter. Oh, da sind einige Viecher. Ob wir die wohl erledigen können? Ja, Level 20, das sollten wir eigentlich schaffen. Ist doch gar nicht so, ne? Vor allen Dingen kommt ja jetzt noch eine zweite. Das schaffe ich nicht. Ne, das schaffe ich wahrscheinlich jetzt nicht. Das finde ich allerdings auch gut und besser. Oh Gott, was ist denn da hinten für ein Viech? Ich will es jetzt ehrlich gesagt gar nicht wissen. Nein, das ist Level 31. Das will ich nicht. Ja, mit diesen Spinnen in diesem doch sehr dichten Wald erinnert mich so ein bisschen an den Hobbit. Zumindest atmosphärisch an das, was ich mir damals beim Lesen des Buches vorgestellt habe. Nicht, was in diesem fürchterlichen Kinofilm letztendlich daraus geworden ist. So. Ähm. Ja. Diese fette, eklige Spinne versperrt unseren Weg. Also versuchen wir jetzt mal dran vorbeizugehen. Ähm, ich vermeide jetzt einfach mal mit Plötze an diesen Spinnen dran vorbeizureiten. Das wäre ja langweilig. Oh Mann, ich könnte mir einfach den ganzen Tag nur dieses Spiel anschauen, weil es so schön ist. Ich muss sagen, ich habe auch dafür extra meinen Rechner abgegradet, äh, damit ich das Spiel in maximalen Einstellungen halbwegs flüssig spielen kann. Ähm, ich habe jetzt da eine GTX 970 drin. Ähm, das, naja, es läuft nicht mit 60 Frames. Es läuft immer so im Schnitt so mit 40 bis 55 Frames. Aber immerhin, das ist mehr als auf den Konsolen. Und es sieht auch noch deutlich besser aus als auf den Konsolen. Also den Vergleich kann ich mittlerweile doch treffen. Denn wir haben das Spiel zweimal bei uns im Haushalt. Einmal läuft es hier auf meinem Rechner und einmal auf der Playstation 4. Und auf der PS4, da ruckelt es doch wesentlich häufiger. Ja, und es sieht auch, muss man wirklich sagen, längst nicht so gut aus. Also, ähm, auch durch einige der Updates, die jetzt in den vorangegangenen Tagen erschienen sind, für die PC-Version, hat man hier an der Grafik auch noch so ein bisschen was geschraubt. Und, also, ich finde es nach wie vor einfach bombastisch. Ja. Wird sich zeigen, wie gut das Spiel dann altert. Ne, denn Spiele mit sehr realistischer Grafik altern ja in der Regel eher etwas schlechter, ähm, als Spiele mit sehr simpler Grafik. Wobei ich sagen muss, auch ein The Witcher 2 sieht heutzutage noch fantastisch aus. Also, von daher bin ich da eigentlich sehr optimistisch. So. Oh. Da ist übrigens ein Anschlagbrett. Anschlagbrett ist das überhaupt das richtige Wort. Aber das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, wenn wir schon hier an diesem Dorf vorbeischauen. So. Bist du schon vergeben? Hm, ja. Der Ältestenrat hat folgenden Beschluss gefällt. Wenn jemand eine Stute verleiht und die Stute ein Fohlen wirft, gehört das Fohlen dem Besitzer der Stute. Der Besitzer des Hengstes jedoch hat das Recht auf eine, einen halben Kübel Milch, solange die Stute Milch gibt. Ja. Keine wirklich für das Spiel wichtige Notiz, aber auch all das, diese Kleinigkeiten, die man hier überall findet, tragen einfach so viel zur gesamten Atmosphäre bei. Ein weiteres Detail, das ich gerne lutschen möchte. Hat jemand einen Widerkopf zu verkaufen? Ich brauche einen als Aalköder. Ui. An das Pärchen, das sich jede Nacht in meiner Scheune vergnügt, geht woanders rammeln. Ich hab die Schnauze voll von eurem Lärm. Das nächste Mal jage ich euch mit der Peitsche davon. Gezeichnet Knutur. Ich heiße unter meinem Dach einen hübschen, unvermähten Mann willkommen, der mich in der Nacht wärmt. Er muss blond sein, ja, eine gute Figur, da bin ich mir nicht so sicher, was mich betrifft. Einen dichten Bart, oh, das dürfte durchaus bei mir machbar sein. Und frischen Atem, ja, ich hab zumindest Kaugummis in meiner Jackentasche. Und kräftig in den Länden muss er sein. Ja, da geh ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Alter Krieger, schließt sich Beutezug an. Ihr Jünglinge, achtzig Lenze, wandle ich nun schon auf der Erde. Meine Arme sind schwach, meine Beine zittrig. Ich fürchte, mich wird die Schande ereilen, in meinem Bett zu sterben. Nehmt mich mit auf einen Beutezug mit, auf das ich mit Würde sterben kann. Ich kann noch immer ein Ruder führen, wenn der Seegang es zulässt. Ich besitze Silber und kann für meine Mitfahrt bezahlen. Gezeichnet Jokwahn. Ja, warum nicht? Auftrag, vermisste Bergleute. Dies wird den meisten nichts Neues sein, aber ich wiederhole es für die Unwissenden. Ein paar unserer Männer sind auf der Suche nach Erz in die Berge gezogen und nicht zurückgekehrt. Sie müssen in Schwierigkeiten geraten sein, und zwar in Ernste, die sie als tapfere Krieger nicht lösen konnten. Daher suche ich einen Mutigen, der herausfindet, was ihm zugestoßen ist. Wem dies gelingt, der soll so viel Gold erhalten, wie es sein Ruhm verdient. Gezeichnet Jarr, ältester von Swalak. Aber dieser Quest gehen wir jetzt erstmal nicht nach. Wir wollen ja immer noch die Familienklinge finden. Und das werden wir jetzt auch als nächstes tun. So, einmal kurz meditieren, damit unsere Gesundheit wieder aufgefüllt ist. So geil. Alles hier ist geil. Guckt euch das an. Jedes Haus sieht von ihm fantastisch aus. Es gibt keine Ladebildschirme. Ich kann hier einfach rausgehen. Und ja, Fans von The Witcher 3 dürften all diese Dinge bereits wissen. Aber ich werde einfach nicht müde, mich daran zu erfreuen. Und Geralt ist einfach, das muss ich auch als heterosexueller Mann anerkennen. Ist einfach eine verdammt geile Sau. Guckt euch das an. So ein Gesicht. Das hat nicht jeder. So. Laufen wir mal diesen Weg entlang. Es sind nur noch 300 Schritte circa. Und wenn ich mich auch tatsächlich mal um die Quest kümmern würde. Und mir nicht alle Dinge hier anschauen würde. Ach, das ist auch scheißegal, oder? Ich meine, ihr guckt ja eh kein richtiges Let's Play. In dem Sinne. So, dass wir uns hier auch so ein bisschen umschauen können. Der hat nicht viel zu sagen. Der stöhnt einfach nur so ein bisschen. Nee, sind sie nicht. Oh, was ist bei denen hier so los? Natürlich auch in so gut wie jedem Haus gibt es natürlich auch Items abzugasen. Mal mehr, mal weniger nützlich. So. Und ich muss auch sagen, mittlerweile nehme ich nicht mehr jedes Regal mit. Und das ist auch eine Sache, die nervt teilweise. Hier sind Kerzen drauf. Und ich möchte eigentlich dieses Regal fixieren. Aber man fixiert dann doch häufig sehr oft irgendwelche anderen Gegenstände. Seht ihr? Da, jetzt habe ich es richtig fixiert. Und kann das Regal ausräumen. Also das gefällt mir nicht so. Dass der Fokus, oder dass es so schwierig ist manchmal den Fokus auf die Sachen zu setzen. Auf die man ihn setzen möchte. Aber nur den. Brauchst dich nicht entschuldigen. Ist alles okay. Ich lade hier schließlich auch hier über eure sogenannten Acker. Ja, ich weiß, ich kann hier Zutaten sammeln. Krass, die ist ja alles voll. Was will ich jetzt aber nicht? So. Ist ja auch ein Acker. Ach, Gerald. Oh. Was ist das? Krass. Speichern mal lieber. Ihr seht also, dieses Let's Play kann sich doch durchaus noch ein bisschen hinaus zögern. Ach, der schläft. Nee, ich will ihn gar nicht wecken. Ich habe ja erstmal noch nichts gegen ihn. Warum soll ich ihn da also wecken? So, lassen wir ihn da mal weiter schlafen. Brennt er jetzt hinter mir her? Da regt sich zumindest gerade ein bisschen auf. Dabei habe ich ihn doch extra schlafen lassen wollen. Das hat doch ein sehr unfreundlicher Zyklob, muss ich sagen. Ach komm. Wir speichern nochmal und dann wagen wir es einfach. Hallo. Hallo. Oh, ich bin betäubt. Ja, mit so einfachen Ausweichsprüngen reicht das auf jeden Fall nicht. Da müssen wir schon so ein bisschen rollen, glaube ich. Oh, die Stampfattacke. Die hat es deutlich in sich. Ach komm, wir kriegen jetzt. So. Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Harte Zeiten. Oh nee, was haben wir denn da jetzt? Okay. Tja, ihr seht also, dieses Spiel führt einem immer von einen ins andere. Und somit euch auch als Zuschauer. Aha, schauen wir mal ein bisschen. Ich muss sagen, ich liebe Geralts deutsche Synchronstimme. Viele mögen die rauere englische Version lieber. Und die englische Sprachausgabe von Sobetscher 3 ist auch wirklich fantastisch. Gerade aufgrund der vielen englischen Akzente, die hier auch geboten werden. Und teilweise sehr berühmter Synchronstimmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich einfach so an Geralts deutsche Stimme gewöhnt habe. Dass ich auf Deutsch spiele. Das Blut ist sogar noch vor Licht. Tja. Dann. Soll ich mich jetzt auf der Suche nach dem Tyklob machen, den ich gerade schon umgebracht habe? Oder was? Das ist natürlich jetzt interessant. So, schauen wir nochmal ein bisschen. Was ist da? Nö, die muss ich jetzt nicht haben. Es sei denn natürlich, ich werde anschließend dorthin gelockt. Ah, da ist doch was. Das Spur ist sogar noch feucht. Auf dem Boden ist Blut. Viel Blut. So, meditieren wir nochmal kurz zwischendurch. Das mache ich sehr häufig eigentlich. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wo geht's hin? Wo geht's hin? Das muss ich allerdings sagen. Ich habe ja, wie ich schon öfters mal erwähnt habe, eine Rot-Grün-Schwäche. Und für mich ist es schwieriger, als für die meisten anderen Normalsehenden wahrscheinlich, diese, ich vermute mal, gelben oder grünen Markierungen von den roten Hexersinn-Markierungen zu unterscheiden. Und deswegen, ja, sieht das manchmal sehr mitleidserregend aus, was ich hier tue. Auf dem Boden ist Blut. Viel Blut. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile. Ach, da sind schon wieder Viecher. Das Blut führt gar nicht zu denen, oder? Ja, seht schon. Ich vergesse tatsächlich euch hier irgendwas zu erzählen, weil ich einfach schon wieder so drin bin, so gefangen bin von diesem Spiel. Ach, wo geht's denn hier weiter? Nö, also hier ist nichts. Ha. Zum Bär da hinten wird's ja wohl nicht fühlen. Och, Mann. Seht ihr, deswegen brauche ich wahrscheinlich auch 80 Stunden für das Spiel und bin erst an diese Stelle gelangt. Einerseits, weil ich es sehr genieße. Und auf der anderen Seite, weil ich einfach unglaublich lange brauche, um die roten Hexerspuren hier zu finden. Jetzt bin ich schon raus aus dem Bereich. Tja. Was, was, was? War da was? Ach, das sind ja Level 6, Necker, und da mache ich jetzt einen Ausstand von. Ah, komm. Weg mit euch. So. Ah, da ist doch was Neues. Ja, schön. So, da geht's weiter. Noch eine Spur. Ja, okay. Das Blut ist sogar noch vor nicht. Ja, das ist alles ganz toll. So, sammeln wir nochmal. Ja, das ist toll. Ich wollte jetzt eigentlich hier so ein bisschen den Neckar gerumpelt aufsammeln. Mein Opfer. Lies den Brief, den du bei der Leiche der alten Frau gefunden hast. So. Was haben wir denn gefunden? Nicht ins Questblock, sondern ins Inventar schauen, welches unglaublich unübersichtlich ist. Noch so ein kleiner Kritikpunkt. Aber ich habe mich auch daran gewöhnt mittlerweile. Janne, mein liebster Sohn, wir sind derzeit vom Pech verfolgt. Das Schiff von Singas Mann ist auf der letzten Expedition im Sturm zerschellt. Björn hat überlebt, den Göttern sei Dank. Aber es werden Wochen vergehen, bevor der Kapitän wieder ein Schiff gebaut hat, und bis dahin muss das Leben weitergehen. Wir essen jetzt von den Wintervorräten. Ich wage nicht daran zu denken, was geschieht, wenn sie aufgebraucht sind. Darum schicke ich Singa zu dir und bitte dich in unser aller Namen um Hilfe. Wenn du kannst, gib Singa Arbeit, und dann kommen Björn und ich zu dir nach Kehrtrollde. Vielleicht gibt es auch für Björn Arbeit am Schmiedefeuer. Und wenn ihr auf Kehrtrollde auch keine Arbeit habt, dann leihe Singa bitte wenigstens ein paar Kopper. Ich zahle dir alles mit Zinsen zurück, wenn wir die Not überwunden haben. Es glaubt an dein gutes Herz und dankt dir im Voraus, deine liebende Mutter. Och je. Das lief wohl nicht so gut ab. Tja. Gib den Schmied von Kehrtrollde den Brief. Das ist ja noch viel weiter weg jetzt. Ja, dann machen wir erst mal, dann machen wir jetzt erst mal die andere Quest weiter. Und dann schauen wir, ob wir innerhalb dieses Videos noch den Brief übergeben. Da steht ja Stufe 21. Aber wahrscheinlich wegen des Trolls. Wegen des Zyklopens. Also können wir die Quest, denke ich, beruhigt noch weiter angehen. Okay. Jetzt allerdings kümmern wir uns erst mal um die Diebe, die die Familienklinge entwendet haben. Das sieht ja schon nach einem Diebeslager aus. Ja, das ist definitiv nicht dein Tag. Ab mit der Rübe! Ja, so. Hahaha. Oh, oh, oh. Was wird das hier? Nee. Oh, 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 oh. Meine Güte. Da... Das geht doch jetzt nicht extra schief. Meine Güte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich dachte, die haue ich locker weg. Aber, naja, manchmal bin ich auch ein bisschen unaufmerksam, muss ich sagen. So, ab damit. Hahaha. Ah, ich liebe es einfach. Ich liebe die Brutalität in diesem Spiel, denn sie ist hier definitiv angebracht. Finde ich schon. Also, so. Lies das Tagebuch, um mehr über das Schwert Kuliu zu erfahren. Ja, das gute alte Schwert Kuliu. So, jetzt will ich aber mal ganz kurz gucken. Was ist denn das für ein Schwert? Nee, okay. Brauchen wir nicht. Oh, ich muss hier mal aufräumen. Das ist ja ein Saustall. Naja, okay, gut. So, dann lesen wir doch mal das Diebestagebuch. Wie sprechen Diebe? Wahrscheinlich eher etwas finster. Und, äh, naja. Brennolt, du magst fett sein wie eine Robbe vor dem Winter und aus dem Maul stinken wie eine Jauchegrube. Aber dein Kopf ist brillant. Einen Lehmabdruck von dem Schlüssel anzufertigen. Wie clever. Ich kann nicht fassen, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Ich schlich mich nach Einbruch der Dunkelheit in die Schmiede. Kuliu lag genau dort, wo du sagtest, in ein Öltuch gewickelt, in einem Behälter. Welch eine Klinge. Sie liegt in der Hand wie die Brüste einer herrlichen Frau. Sie ist spitz wie eine Nadel. Sie trägt Edelsteine am Heft. Ich war so hingerissen, dass ich diesen Armleuchter Olaf gar nicht kommen hörte. Er hätte mich erwischt. Wäre ich nicht gestolpert und hätte sich das Maul aufgehauen. Ach, wäre er nicht gestolpert. Wir stehen in der Gunst der Götter. Jetzt müssten wir das Schwert verkaufen. Einfach wird das nicht. Wer hat schon so viel Geld? Und wer will schon Krach erzürnen? Zum Glück kennt mein Bruder Irian, ein Kaufmann namens Gimre, der immer Abnehmer für solche Gebrauchtware findet. Sie werden sich im alten Fort bei Fierestal treffen. Vielleicht schließen Sie ein Handeln mit Lugus? Er hat ja Gold wie Heu und kein bisschen Angst vor Kreide. Du sei gegrüßt, alter Ziegenbock. Bezeichnet Sveinar. Diesmal habe ich mich ja nur drei oder viermal verlesen. Fantastisch. Ich glaube, das mit dem Lesen sollte ich mal wieder ein bisschen üben. So. Übrigens, sehr viel Text in diesem Rollenspiel. Aber auch nicht zu viel Text, finde ich. Und ich lese ihn immer sehr gerne, um mich noch weiter in die Atmosphäre einsaugen zu lassen. Wobei in anderen Spielen, wie zum Beispiel, sagt John... Wie hieß denn das Rollenspiel, was neulich rausgekommen ist? Habe ich gekauft und jetzt schon wieder den Namen vergessen. Ja, Project Eternity, nicht Pillars of Eternity, genau. Ja, es ist mir stellenweise ein bisschen zu viel Text, ganz ehrlich. Es ist zwar ein sehr geiles Oldschool-Rollenspiel und... Aber... Ja, bevor wir das tun, sollten wir gleich nochmal kurz meditieren. Ja, das ist hier eher eine sehr nördliche Gegend, wie man unschwer erkennen dürfte. Also im Prinzip so ein bisschen natürlich wie das, was wir so vom Setting her von Skyrim kennen. Nur halt noch eine ganze Ecke hübscher, muss man sagen. Und nein, das ist keine Geschmackssache. Es ist einfach auch objektiv gesehen hübscher. Dennoch hat natürlich auch Skyrim seinen Charme. So, ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, dass künftige Rollenspiele es wirklich schwer haben werden, The Witcher toppen zu können. Allein so was, was so die Welt angeht und das Immersive und die Erzählung. Allein die Erzählung, die Art und Weise, die Geschichten darzubringen. Wo ja Quests bei vergleichbaren Rollenspielen eher Staffage sind. Und naja, man spielt sie, um so einen gewissen roten Faden zu haben. Aber selten, um wirklich zu erfahren, wie es weitergeht. Und hier bei The Witcher 3 hat man eigentlich ständig das Gefühl, dass man wissen möchte, wie es weitergeht. So, da wartet schon eine weitere Quest auf uns. Und ja, die nehmen wir dann vielleicht auch mal an. Was ist passiert? Passiert ist verdammt, dass ich gestürzt bin und mir das scheiß Bein gebrochen habe. Hör auf zu heulen, Petter. Ich schäbe mich, das zu hören. Reiß dich zusammen, Mann. Schlimmstenfalls schnitzt Henrik dir ein Holzbein. Der alte Olle hat auch eins und beschwert sich nicht. Der alte Olle hat auch Läuse, stinkt und ist an beiden Enden undicht. Darüber beschwert er sich auch nicht. Hilft ihr mir jetzt oder nicht? Wie bist du gestürzt? Wir wollten da oben auf den Schultern der Statue ein Feuer entzünden. Zu Ehren von uns und unseren Vorfahren. Das ist euch offenbar gelungen. Ja, aber das Feuer schlug so schnell hoch, dass Petter einen Sprung nach hinten gemacht und das Gleichgewicht verloren hat. Er hatte trotzdem Glück. Bei der Höhe hätte er sich auf den Hals brechen können. Ja, das stimmt allerdings. Die Statue. Ja, das möchte ich schon wissen. Diese Statue, was ist das eigentlich für eine? Das ist ein Altar für den Gott der Krieger. Wer es wagt, ihn zu erklettern und ein Feuer zu entzünden, erlangt die Gunst der Götter. Und eine prima Gelegenheit, sich ein Bein direkt unterm Arsch abzureißen. Hilft ihr mir jetzt oder wollt ihr noch ein bisschen reden? Ähm... Dieses Schöllkraut müsste dir helfen. Es macht das Bein nicht wieder ganz, aber der Schmerz lässt mich. Danke, unsere unsterbliche Dankbarkeit. Ziemlich sterblich in meinem Fall. Also genieß dich, solange du kannst. Halt den Rand und zeig mir das Bein. Danke nochmal. Mögen die Götter dich leiten. Tja. Seht ihr, äh, ich bin doch immer wieder bereit, Leuten am Wegesrand zu helfen. Und jetzt bin ich einfach losgerannt und hab Plötze hier gelassen. So. Dann setzen wir uns doch wieder auf Plötze und setzen unseren Weg fort. Ob das das alte Fort ist? Nee, das müsste noch weiter weg sein. Das ist einfach ein verlassener, so ein Belagerungsturm. Krass. Ob man da irgendwo drauf kann? Halt! Tja, wie ihr seht, äh, dieses Spiel ist wie zum Entdecken gemacht. Und, äh, ja. Ich lasse euch selbstverständlich an allem teilhaben. Ich hab sogar eine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist ja fantastisch. Was auch immer ich dafür getan habe. Nun denn. Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr zu holen. Sollte es anders sein, dann meldet euch doch bitte in den Kommentaren. Dann werde ich der Sache vielleicht nochmal nachgehen. So. Witcher 3 ist auch tatsächlich eins der wenigen Spiele dieser Art, die ich auch wirklich komplett ohne Komplettlösung oder Tipps oder Hinweise spiele. Ähm, das betrifft auch zum Beispiel meine Skillung. Ich hab keine Ahnung, ob das absoluter Bullshit ist, was ich hier skille und ob es da wesentlich bessere Varianten gäbe. Aber das ist mir auch total egal. Denn das Spiel funktioniert auch so, wie ich es spielen möchte. Und, ähm, auch das zeugt von grandiosem Gamedesign. So. Das wird aber wohl das alte Fort sein. Okay, dann steigen wir doch schon mal ab. Treffen die ein oder andere Vorsichtsmaßnahme. So. Und jetzt werde ich mal die Diebe stellen. Hallo. Ganz cool reinlaufen. Natürlich nicht einfach so reinrennen. Das wäre ja ziemlich absurd. Hey, na? Ja, hier. Tja. Meine neue Wirbelattacke hier, die macht euch alle platt. Ach ja, das macht so richtig Spaß. Sorry, aber diese Kämpfe, äh, sind manchmal sehr hektisch. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, ähm, sie übertragen die Wucht eines solchen Kampfes einfach unglaublich gut. So. Ich bin wahrscheinlich bald überlagert wieder, weil ich immer so viel Scheiße bei mir behalte. Also jetzt nicht Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes, aber ihr seht hier, ich bin überlastet. So, dann schmeißen wir mal schnell noch was weg. Haben wir denn da? Ach, Peanuts. Das gibt 167, das gibt 120, dann schmeißen wir das mal weg. Sollte erstmal wieder reichen. Jupp. So, jetzt müssen wir aber das Tagebuch erstmal noch lesen. Schweiner, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Gimre und ich waren bei Lugos. Er empfing uns nach den Gepflogenheiten der Gastfreundschaft. Fleisch und Met gab es reichlich. Aber so wie wir Kulio aus dem Leder gewickelt hatten und ihn fragten, was er dafür zahlen würde, entriss er uns das Schwert und schlug uns beide zu Boden, wobei er uns Dieben nannte. Dann jagte er uns Holter die Polter aus dem Haus. Gimre ist langsam. Den haben sie gekriegt. Auch gut, einer weniger, mit dem wir den Gewinn teilen müssen. Und nun die gute Nachricht. Wir haben das Schwert noch und ich weiß jetzt, wie ich es loswerde. Ich habe mit meinem Schwager Steinfinn gesprochen. Er wird Kulio Novigrad verkaufen und den Erlös mit uns teilen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich schwöre dir, man kann ihm trauen. Ich werde ihm das Schwert am Strand beim Waldfriedhof, nee, Waldfriedhof, oh Gott, beim Walfriedhof auf Art Skellig geben. Ich werde alleine gehen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Vorsicht, Lugos könnte ein Boten nach Kehrtrolde senden, um den Diebstahl anzuzeigen. Tauch lieber irgendwo unter. Vielleicht bei Tante Hilde. Sie ist nicht ganz richtig im Kopf, aber man kann sich auf sie verlassen. Bis dann, Irian. Okay. Suche beim Walfriedhof nach den Dieben. So, schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hm, hm, hm. Hm, hm. Wo sind wir denn da? Sind wir? Okay. Boah, das ist ja doch schon ein ganz schönes Stück. Und auf dem Weg könnten wir eigentlich auch diverse Fragezeichen aufdecken. Aber dann ufert dieses Ufer. Dann ufert dieses Ufer. Tut mir leid, Leute. Tut mir wirklich leid. Dann ufert dieses Video heute noch komplett aus. Okay, ich würde mal sagen, wir machen uns auf den Weg. Und wenn ich hier irgendwo noch ein Schild in der Nähe finde, das wird ja wahrscheinlich hier eins sein, dann können wir auch die Schnellreisefunktion mal verwenden. Einfach nur, um dieses Video in einem erträglichen Rahmen zu halten. Die Harpchen haben hier ihr Nest. Wo sind sie denn? Ja, waren wohl gerade keiner da. Ah, so. Ja, was mache ich denn? Ich muss hier eigentlich noch ein bisschen forschen. So, was hat er denn noch hier? Ne, das ist der Beutel, den ich gerade habe fallen lassen. Aber El Colega hier hat bestimmt noch was. Hm, die war ein bisschen leichter. Deswegen bin ich noch nicht komplett überladen. Okay, aber sonst ist hier scheinbar auch nicht mehr wirklich was. Okay. Gut. Dann geht's mal weiter. Plötze, wo habe ich dich gelassen? Oh, Plötze, du hast dich doch nicht etwa mit den Ziegen vergnügt. Hallo. Da. Ein Blick auf die Minimap hätte mir das auch gleich gezeigt. Aber nun denn. So, jetzt reiten wir erstmal hin zu unserer Wegmarkierung. Denn das sah nach einem Dorf aus. Und wo ein Dorf ist, ist in der Regel eine Wegmarkierung nicht weit. Tja. So, das passiert übrigens, wenn man auf die Minikarte schaut und nicht auf das eigentliche Spielgeschehen. Was manchmal auch ein bisschen schade ist. Denn das Spiel ist doch hübsch genug, dass man nicht immer dran vorbeischauen muss. So. So. Puh, da gibt's schon wieder Quests. Und ein Anschlagbrett. Aber die werde ich jetzt mal außen vor lassen. Die kann ich dann später auch noch nutzen. So. Abgesattelt. Und dann reisen wir doch mal Richtung... Was ist das nächstgelegene? Ja, wahrscheinlich das Druidenlager. Sonst haben wir nichts in der Nähe. Okay. Dann ab zum Druidenlager. So. Wo müssen wir hin? Da. Okay. Plätze. Wo bleibst du? Na, komm schon. Pläne. Na, Schnucki? Wollen wir mal wieder durch den Wald? Ja, ne? Kann uns ja nichts passieren, außer dass wir von ekelhaften, riesengroßen Spinnen aufgefressen werden. Obwohl ich eigentlich gar keine Angst habe vor Spinnen. Also ich persönlich jetzt. Dennoch müsste ich solchen, solchen Großen nicht zwangsläufig begegnen, um ein glücklicher Mensch zu sein. So. Ab geht's. Wir sind schon bald da. Oh, da hat jemand gebrüllt. Das war wahrscheinlich ein dicker, brummeliger Bär. Ein Brummelbär. Oh. Müssen wir da hin? Da müssen wir hin? Meine Güte. Ja, ist ja gut. Plätze. Rächt dich doch nicht so auf. Und wird die Musik jetzt schon wieder so dramatisch? Völlig unangebracht. So. Ja, ich weiß, das hast du nicht so gern, Plätze, ne? Ja, weißer Wolf. Auch die ignorieren wir jetzt erstmal. Hallo. Auch euch ignorieren wir. Ah, da lassen sie ab von mir. Okay. Ich würde sagen, ich habe, äh, Diebe, beziehungsweise Banditen entdeckt. Oh. Ne, nein. Plätze auch wohl. Dann kämpfen wir halt mal vom Sattel meines Pferdes aus. Das ist aber nicht immer unbedingt leicht. Aber naja. Och, Mensch. Jetzt wollen wir hier mal etwas mehr Dynamik reinbringen, indem wir schneller reiten. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt einfach. Ja, das Kämpfen vom Pferd. Also ich habe das Prinzip noch nicht ganz so verstanden. Ähm. Aber zumindest funktioniert es ja irgendwie, auch wenn das nicht besonders elegant immer aussieht. War es das schon? Da war doch noch einer, oder nicht? Plätze? Wo ist da eine hin? Da habe ich alle. Ah, Tatsache. Ne, ist stumpf vorbei. Ist viel zu schwer alles. Schweinehaut. Kann man immer gebrauchen. Ein bisschen Schweinehaut. So. Hm, 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 hm. Ah, da sind sie doch. Da sind doch noch zwei, oder? Ja. Schlechte Idee. Ja, schlechte Idee. Hinfort mit euch, ihr Schergen. Hey. Scheuert oder was? Was habt ihr jetzt davon? Hm, Hühnerbrötchen. Nein. 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 So. Aha. Aha. Da sind doch zwei Leichen. Aber auch die bringen mich nicht auf die Klinge. Gut, ich muss immer noch nach Dieben suchen. Also gehe ich mal davon aus, dass hier noch welche sind. Äh. Deswegen heißt das hier wahrscheinlich Wahlfriedhof. Das ist nämlich ein riesiger, faulender Wahl. Das riecht auch so ein bisschen unangenehm. So, wie viel sind da? Ach, das schaffe ich locker. Komm schon, Geralt. Ich kann tanzen. Ja. Klar, jetzt sehe ich wieder nicht, was ich tue, aber was soll's. Hallo Jetzt noch Die haben mich doch tatsächlich so ein bisschen blockiert So, aber gut Die dürften jetzt gleich auch hinüber sein Dann hat sich das auch erledigt So, und Ich darf mein Schwert mal wieder reparieren Ich habe zwar noch ein Reparaturset Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen möchte Nö, das machen wir gleich Bei irgendeinem Schmied So Jetzt schauen wir mal Was haben wir denn hier an Beute, die wir vielleicht noch brauchen Nö Wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen Selektiv sein Ich habe keinen Bock, gleich schon wieder überladen zu sein Und dann Muss ich wieder umsortieren Oder damit leben, dass ich jetzt Erstmal nur in Schrittgeschwindigkeit mich fortbewege Und da habe ich jetzt keinen Nerv zu Okay Ist mir jetzt auch egal Wir werden jetzt einfach mal Da ist es doch schon Ja, jetzt bin ich überlastet Werfen wir noch mal einen letzten Blick In das Gefundene Diebestagebuch Schweiner Ich habe endlos und drei Tage Zwischen den verdammten Wahlkadavern gesessen Aber von Stein findet keine Spur Entweder ist er auf die Felsen gelaufen Oder er hat mich sitzen lassen Ich habe Anke gesagt Sie soll diesen Bastard aus dem Spiel lassen Ich weiß nicht, was ich tun soll Wer könnte das Schwert sonst noch kaufen Vielleicht sollten wir es zurück nach Kertrolde bringen Vielleicht würde Krach nur lachen und die Sache vergessen Weißt du noch, wie die Hütte stammt, als diese Ratte hinter dem Bett der Eltern gestorben ist? Hier stinkt es noch schlimmer Und es ist kalt Schreib schnell zurück Oder noch besser Komm her Irjan Tja Irjan wird keinen Besuch mehr empfangen können Denn ich habe Irjan gerade brutal verstümmelt Das ist natürlich sehr traurig Aber Irgendwie hat das ja auch so ein bisschen provoziert, oder? So Was haben wir da noch? Ein Inventar Oh Oh Was tue ich denn da? Ne, das wollte ich eigentlich gar nicht Ähm, 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 ähm Ähm Nehmen wir die Stiefel? Ja, ich würde doch mal sagen Die nehmen wir So Ansonsten Hm Würde ich mal sagen Dass wir jetzt, äh, uns auf den Weg machen Hm, eine Axt Ich habe noch nie eine Axt genommen Ich glaube, die behalte ich erstmal Nur zur Sicherheit Puh 1013 Okay, ähm Ich werde jetzt noch irgendwas wegschmeißen Und dann Kann ich hoffentlich diese Quest endlich abschließen Und damit Ist dieses Video dann auch endlich mal zu Ende So Ja, schmeißen wir das mal raus Bringe Coolio zu einem Wachmann namens Olaf auf Kehrtrollde Okay Glücklicherweise haben wir hier auch eine Wegmarkierung Ähm, wie gesagt Ich benutze diese Schnellreisefunktion eigentlich sehr selten Aber hier und da Ähm, auch natürlich Um dieses Video Erträglicher zu gestalten Welches mir wahrscheinlich jetzt schon Grandios gescheitert ist Ähm, benutze ich jetzt mal die Schnellreisefunktion Okay Ab nach Kehrtrollde Mhm, aha Mhm So, so Ups Ne, wir müssen da lang Ja, schon krass, ne Schon echt krasses Schwert Ist er das? Ja, das ist Olaf Worum geht's? Ich bringe dir dein Eigentum Coolio? Freya, sei Dank Wo hast du es gefunden? Im Norden der Insel, beim Wahlfriedhof Frag mich nicht, wie es da hingekommen ist Lange Geschichte Jedenfalls brauchst du dich um die Diebe nicht zu sorgen Die stehlen nie wieder was Deine Belohnung Die hast du dir wirklich verdient Und noch etwas von mir Wenn du Coolio nicht gefunden hättest Hätte ich die Schande mit meinem Blut abwaschen müssen Fantastisch 20 Kronen habe ich bekommen Das ist ja lieb Noch was? Hat er nicht gesagt? Ich habe noch was bekommen Hm, ne Das ist der Auftrag Okay Naja Keine Ahnung Nun denn Okay Das soll es erstmal gewesen sein Ja Tut mir leid für die etwas doch Langgezogene Version Dieses Videos Dem ich einfach mal nur so für euch Eine Quest spielen wollte Aber nicht immer läuft alles ideal Und ich muss sagen Jetzt bin ich auch ganz schön erschöpft Gut Dann bis zum nächsten Mal Auf eurem neuen Lieblings YouTube Channel T-Beutel-Pi Tschüss Ich muss mal